und damit seid recht herzlich willkommen meine abonnenten und zwar habe ich heute mir mal dazu durchgerungen mal neue setze zu kaufen das seht ihr hier weil ich wollte mal für youtube auch mal probieren mit mit meiner stimme aufzunehmen ich habe schon mal ausprobiert das funktioniert relativ ganz gut ich werde mal auch eine testaufnahme mal nachher noch mal starten und werde das mal hochladen dann könnt ihr mir in den kommentaren schreiben wenn ihr wollt was ich besser machen kann und was noch besser werden kann wie gesagt ich mache noch so lange youtube und ja ich werde euch mal so zeigen jetzt hat das so sieht es aus wir haben wird ja wir haben so eine Art der Fernbedienung ein bisschen weiter weg wie man sehen kann oberste knopf für micro an micro aus der zweite knopf generell halt aus ton runter ton hoch das ganze ist mit usb verbunden ja und ich bin damit zufrieden dass es schon mal funktioniert bei die ersten aufnahmen und ja mal gucken wie zu wird meine stimme wie sie hört sich zwar nicht so gut an bisschen komisch aber dafür kann ich leider nichts ne falls ihr euch fragt was da gerade löft mach ich mal an das ist frank rosin das ist die karte ja das war das kleine info von mir für euch also wenn jetzt ab sofort so wie ich zeit habe die videos jetzt auch mit ton kommen schon lange vorher habt aber wie gesagt ich hab auch viel um die ohren mit umzug umbauen zu hause alles und ja dann hoffe ich mal wie denn die videos denn die die demnächst ankommen werden bei euch da bin ich gerade zu sagen jetzt einen schönen tag euch zu wünschen und ja dann sehen wir uns bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020